da wird gut wenn wir einen anderen Mod noch drauf hätten welcher anderen Mod? ah den Dings, wie sagt man das Wort? Le Mod Le Mod ähm, Dropwatches, weil da könnte man ihn platzieren und gleichzeitig wieder einziehen lassen erst mit dem selben Block ja, das haben wir nicht drauf Modpack Update so, da ist Modblazer, Expander trittst, ob das er gut ist äh, was für was soll ich denn, ich bin grad am überlegen ich bin grad am überlegen ich bin grad am überlegen, was ich mache ähm, Tesseric mit Tesseric brauchte ich hab noch drei reingesteckt da haben wir auch noch mehr mehr, noch welche ähm, weißt du mal so, dann brauchen wir natürlich Upgrades, denn wir brauchen hier 4 Speed äh, was denn so passiert? da, da halt das platzieren boah, ich bin begeistert, macht da nix, okay, die kann da nicht platzieren gehen wir weiter, wir haben noch mehr Mods Block Beuke, Block Beuke ist nicht klar Schockdinger, bauen wir nicht Signale mit da ah, der Effekt haben wir überhaupt noch welche die Magnetis jetzt sind was meinst jetzt? Stangen Stangen, Stangen, hä? er will an der Stange danzen muss gucken, ob wir das haben Magnetis zu 2000 irgendwas das macht schon mal gut ähm ich glaube, dass wir die Tools da also, Reca-Engine der Fall ist anfang, ist immer aktiv und du bist auch noch beträttsungssegnal aktiv und Block Beuke ist dann ein Rechtsklicker, ja ja gut dann, drehen wir mal an auch nix, gut aber wir hatten uns ja was aufgeschrieben wir brauchen, ähm, lass mich überlegen ein bisschen ein Torge ne Van de Graaf braucht nur ein Torge möglichst 65.000 Speed braucht nur ein Torge ein Torge ist ein Torge zu viel ja, wir haben jetzt eine, eine ja, jetzt müssen wir ein bisschen wegen Torge also jetzt fangen wir mal mit ner Licht einfach an vor mir an die Engine, die wir momentan haben die können wir aber gut hinten benutzen weil die ist schon tier 4 ähm ich fahre schon du denkst aber auch nur immer an das also, es ist schlimm mit dir lass mich wenn du so, wenn du so betonst, dass man alles falsch denken kann eigentlich ist immer so schuld eigentlich ich bin immer schuld eigentlich ich betont das immer so, dass ich es immer falsch verstehe du verstehst nix falsch, du willst es ja extra falsch verstehen ja, du bist lustiger das kann natürlich auch sein, gell das kann natürlich auch sein, gell beideutig denken ist eindeutig lustiger ja indikatives ingot beideutig denken hat eindeutig mehr Spaß äh äh haben wir noch welches? wir haben diese ganze Mist das hasse ich so ich hab ne Modest, ne Modest hab ich gefunden yeah uuh gut 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 Applaus in deiner Augen mein Herz geht auf nicht bei dir was, was, was was? weil wie leise Brautbisse überhaupt reagiert was, was, was? Marlina, mir hat jemand zugefragt, du hättest deine Haare gefährdet ja kannst du nur kannst du nicht hast du mir überhaupt schon ein Bild geschickt? das sieht nicht so viel, aber in der Sonne sieht man du hast mir immer noch kein Bild geschickt weil das sieht auf dem Bild ich hab da schon viel da gemacht aber die lichteinstrahlung du hast mir trotzdem noch kein Bild geschickt du musst halt überbeleuchten dann sieht man es überbeleuchten du hast doch hier wie heißt ja überbelichtet ne das geht nicht, Ed ne, ich bin nicht überbelichtet dann sieht man sie ist sowieso überbelichtet unterbelichtet 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 wer zweit und ich denkt wird eindeutig besser ist hier, ist hier, ist hier, nein ist nicht nein 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 niemals nein, niemals 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 ok, das geht gut so, brauchen wir viel mehr Speed niemals Speed alle Speed Notabschaltung Notabschaltung soll der Reaktor ja stoppen, oder? haben wir gesagt ja Turbine stoppen, zugleich muss das Team abgetankt werden durchaus oder tun wir das die Steam Abdankung separat schalten also ich würd sagen gleich mit äh abziehen lassen also abschalt ist das gleich mit abgelassen ok ich werd euch jetzt mal versteckt zeigen, Leute das heißt, wenn hier wenn man hier sieht auf dem Baum ist so ein so ein Teil drauf Binnernetz dann ist meistens hier unten und da ist versteckt ein Spawner und der Kiste meist ja ich versteh zwar nicht, wie ich hier das alles hinkrieg damit das ganze läuft aber es funktioniert aber es funktioniert sollte man vielleicht das so machen etwas das ist nochmal äh ne Hand äh Ablass äh ja der Hand einsteuern kann ja der Hand einsteuern kann äh Check Dingwas Danke fürs Follow Check Daniels Check Daniels Check Daniels Windows irgendwas Windows Check Windows Check Dindos Check Dindos 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 Attacke Dindos Attacke auf Staatsanwalt in Syrien Fähig Geschäof Fähig ache Allein wie der Sinn ig wie der Stadt Sounds Myers macht ganz Sinn Glaubt man gar nicht kann ähm Magnitizer Ich sag ja also wir brauchen wirklich mal hier ein ordentliches System für die ganzen Maschinen Ja, das wollten wir ja noch bauen, aber sind wir noch nicht dazugekommen. Wir machen Sie, was hat der halt. Halt, ich hab hier in einer Kiste zwei Iridium-Ohr gefunden. Okay, das brauchen wir sowieso, das ist eh gut. Das haben wir schon vermisst, gell? In einer Kiste gleich zwei Iridium-Ohr. Das tut magnetisieren, obwohl er auf dem Kopf steht. Kopfsteher. Der Kopfsteher, der macht das wahrscheinlich öfters. Der kommt jetzt öfters. Der kommt jetzt öfters im Fernsehen, müsst ihr euch wirklich mal anschauen, guter Film, ey, der Kopfsteher. Der 2.0 kommt da morgen. 2.0, Kopfsteher 2.0, morgen, morgen im Fernsehen. Echt gutes Programm, gutes Sammelprogramm. Dann geht dann gleich weiter, also heute ab 0 Uhr, der Kopfsteher. Nur bei Moddingkraft. Er redet nur Mist. I can't, but I can say, dass es Mist ist und nicht du, aber ich sag's dir, ja. Ich sag's dir, ja, ja. Ja. Nein. Ich sag's dir, ja, dass ich Mist rede. Er ist die Tier 4, den brauchen wir da nicht. Er Mist redet immer noch Mist. Er Mist redet immer noch Mist. Eindeutig. Warum heißt er denn Whisky? Weil er Mist redet. Mist redet. Also wir haben... Ein Haufen. Deswegen hab ich ihm auch den Namen gegeben. Ja, muss man sagen, also an diesem Namen ist allein Modlina schuld. Falls das jetzt schon mal Leute irgendwann mal wissen wollen. Sie ist schuld. Also verklag sie. Und nicht verklagen. Die werden mir zujubeln. Yeah, yeah, Modlina. Sagen, was besser ist, dass wir nicht machen können. Ähm, ja. Das glaub ich eher nicht, ähm, aber, aber wir werden ja sehen im Battle. Im Battle of the Names. Neues Format. Live auf Monagland. Im Battle of the Street. Ah, Haus. Im Baumhaus. Im Baumhaus. Da wo ich lebe, gibt es nichts mehr her. Außer Tiere, Fische und vor allem etwas, was keiner mehr glaubt. Das ist ein Ad-Kräfte. Jetzt haben wir eine Milliarde RF. Oh. Das brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir den Reaktor gar nicht, weil wir brauchen hier so ein Sublos. Halt, Stopp. Aber jamei. Wir wollen ja relativ stromeffizient bauen, warte mal. Ich brauche ja nur, warte mal, ich kurz überlegen. 65.000 Kilowatt. Halt, Stopp. Jetzt rede ich. Wenn wir ein Signal bekommen, wird der platziert. Vielleicht geht das da oben auf. Gut, warum not geht. Ich brauche gerade die Steam-Ablas-Luke. Also eigentlich sollte das so passen. Da brauchen wir jetzt noch mehr Upgrades. Abgerade. Um ja noch die Torge hinzukriegen. Da müssen wir natürlich dann nochmal ein Backup machen. So Torch. Du musst immer nur Backup haben. Ja, 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 ich, ich, ich. Das Ding kann sehr viel zerlegen. Ja, dann musst du es so bauen, dass es passt. Oh. Immer Backup, Backup, Backup. Wir haben ordentlich bauen. Wir hätten kein Backup-Funktion. Genau. Was macht denn dann, ne? Dein Leben hat auch kein Backup. Genau, du hast auch nur einen davon. Was, ich habe nur ein Leben? Du hast nur Backup einspielen können, das ist. Ein Backup in my life. Aber dann würde man viel mehr leben. Wenn man sagt, okay, ich spring da einfach runter, ist egal, kann ich wieder Backup einspielen. Ja, aber das wäre natürlich schon bis dann. Sehr krass. Ja. Weil dann würde jeder jeden einfach nicht mal schießen, bald. Klar, Backup-Beckerbein spielen. Genau. Ja, da gibt es so Datenbanken im Krankenhaus. Von den Festplatten raus und spielen das einmal drüber und dann bist du wieder in Ordnung. Bist wieder an den Stand. Kommst du zufällig wieder auf die... Oh, nehmt der mal runter springen. Habe ich ja noch nie gemacht. Ja. Warum denn nicht? Ja, das passt nicht, da haben wir wieder zu viel Kraft. Das Backup hat auch dein Gehirn gelöscht. Ja, ob bist du in den Zeitpunkt, wo es halt gemacht worden ist. Das heißt, du kannst dich gar nicht erinnern, dass du runtergerückt bist. Das ist mir vielleicht nochmal runter. Wie ein Tag das selber. Ja, ich kann runter auf den Plasch. Zu viel, zu viel, zu viel. Ja, nein. Natürlich gibt es nur begrenzte Backup-Funktionen. Zum Beispiel dein Leben zehnmal Backupen. War es noch zehnmal? Ja. Von elfmal bis dort. Ein Newton. Was rede ich überhaupt für den Mist? Das wäre aber eine coole Idee für einen Film, oder? Reboot. Der neue Film. Kommt 2016 in den Kinos. Ja, wir haben ja zwei Newton. Eine Ahnung, wie viel Newton du hast. Wieso, wenn ich aber alles auf Speed habe, kann doch der Torque nicht hochgehen. Au, es leckt. Au. 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 Sie waren gleich zu Eisbohrner. Au. Au, 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 au. Au, au, au. Au. Ja. Verdammt. Verdammt. Nö, hier war kein links drin. Hier ist ein Iron Horse Armor. Miniaturherz. Hallo, Turnschu. Turnschu. Hallo, Turnschu. Du, mein Schuhn. Hätt viel zu euch Kraft. Du. Du ist es nicht, aber selten. Machen, das ist so. Fertig. Das ist einfach so. Was ist du da? Oh, wenn ich dich schon sehe mit DVD und sage, dann krieg ich schon eine Kratzerung. Was auch ohne gegangen ist. Muss gehen. Tot. Muss gehen. Tot. Gangen muss. Noch ohne gehen muss, tot. Also. Alles gut, Turnschu? Habt ihr was Bestimmtes vor? Raktor bauen. Ja, die Ölbienen. Mein erst. Du kannst ja auch bei Adcrafter 27 vorbeischauen hier bei Twitch. Genau. Das ist ein bisschen mehr als wie bei mir. Das ist den Reaktor halt. Das ist der Reaktor halt.